ich habe die zugemacht wieder aufgemacht so wie als wir da auf dem tippsweg gejoint sind hier zu tief ist aber scheiße ja warte hier das gehört doch dazu du hast da den halben ender keller bei dir aufgebuddelt aber mein haus direkt ich gehe geht nicht ich liege ich gehe gerade nie aber auch gerade auch der dich auch drauf kommen können um ecke bauen wird quasi auch scheiße schon wieder es leckt mega ja ich weiß einfach das anspruchsvollen spiel ich glaube er lässt es anspruchsvoller und sieht nicht so oder flüssiger geiles spiel gut entwickelt und programmiert das sieht scheiße aus und läuft scheiße da ist nichts gut programmiert da wird wieder dunkel standard sachen worüber sich jeder schmeckt man später wahrscheinlich aufregt ja nein falsche spritzacke ins bett war kommt das doch mal von cosmo und vanda oder da im intro ins bett nein die komische mit stadt dass sie da doch popo bitch jonas was gibt es bei dir heute zu essen weiß ich doch nicht aber es ist krass da heißen wo es hier hat sieben ich befürchte dem minecraft ding ist es gleich zu ende ja befürchte ich auch aber es geht so kein erstes hat man zu spielen der keller bis dahin jetzt noch nicht oh ich liege oder willst du roggelig oh roggelig jetzt spielst du hausse hau ha 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 ich gehe aber ich bin mir ich bin mir ich bin mir du bist mir ich bin mir das ist mir aber es ist nicht reinfallen er ist so wie ein meter beim peter damals hat er ja mich reingeschutzt aber bist du selbst das gerade eine geile tierrüstung gesucht nach 5000 stunden dann bist ja direkt rein das war lustig dass die schiff taste glaube ich losgelassen gehabt oder so ja es kann sein dass sie losgelassen so passiert das öfters mal wieso herr wieder aufkommst dass sie mir öfters mal weil ich kann sein dass du da machen die schilder anfang war diesmal nicht auf julian oder so bezogen kelle jetzt mit gerechnet ist doch da ist gar nicht klar und zwar einfach trotzdem ich habe so viel jetzt zeigt dass ich das inventar system fertig habe das item dingens da was versprichst du dich hier einmal ist halt direkt wieder polen offen so dann dann brauchen wir wird 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 ich höre mal wieder mein kraft mugge dieses auch nur spontan eine heute ja geil jetzt das schienennetz war zuniert sein baumhaus führen sollte hier liegen zehn schienen oder so und holzgestell ja so weit bin ich schon gekommen da hatte ich meine kreative phase da habe ich alles angefangen zu bauen und nichts zu ende geführt das mal plündern hallo moin hier ist ja noch nichts gebaut bei meinem bauhaus ja das ist ja ich glaube da steht ein bett drin oder da steht ein bett drin ja ja gut das haben wir jetzt so gut da stand ein bett drin nein spaß aber boah als ob ich da hier noch mal hingehe nein das ist kultur ja aber das darf man nicht zerstören ok merken sie es tut da auch etwas anderes ne ja das sah ja einfach nur scheiße aus was sah scheiße aus merken es da jetzt ach so ja sagt keiner ja ich habe nicht gesagt dass scheiße aus das hat er gesagt ich habe nur gesagt dass er nicht als kulturherbe kenn ist ein tag wird auch einfach abgerissen wenn keine nicht mehr mitspielt er sieht auch einfach scheiß aus war und staltet die welt das stimmt eigentlich sicher aber ich würde jetzt gerade sagen dafür stehen die punkt wow was wow das Griff werke hast du hier Fichte und mehr hast du hier hier ist noch das rote holz aber du hast keinen dach meine tue gleich wieder der die Sonnenschein Dark Oak der Nils hat nicht nachgeplantet doch hab ich also ich meine es nicht diese diese Nadelbäume nach sondern wir haben dieses recht ergebnis hat so viel war hier da aber hier sind die dicken Dinger der Kletterung davon einig zu viel weil Kläven ist das gar nicht so schlimm was Kläven nennt das ist einfach hallo Leo dabei war er so richtig an Jürgen so lustig so richtig an Jürgen Jürgen Regen der Türchen Kläven wie Kevin nun mit der L oh feierweil jetzt lach doch mal Kelle ha 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 Ego brauchen wir noch mal das Brief Arena klar mach dir bald noch mal Trials Fusion Livestream das haben wir noch nie gestreamt oder haben wir das schon mal gestreamt ja habt ihr ja also Videos weiß ich ja aber Livestream ja habt ihr aber ja wir können auf jeden Fall noch mal Videos und Livestreams zu machen ja ne Jürgen ne Jürgen ne Jürgen ist doch nicht da du Bob ne Jürgen ist aber bei Dings glaube ich raus den schockt das Spiel nicht so da da ist er wieder kann er selbst sagen klar macht Jürgen nochmal mit Trails 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 weiß ich noch nicht ne Jürgen ist doch nicht beide gestreckt und deswegen so auf der Piste ja das will ich Audra Audra wie heißt das Audra ja Jürgen darf ich mal ein paar Tiere bei dir schlachten ja wenn du die nachpflanzt kannst du das machen solange ich pflanze die nach ja ein paar Tiere nachpflanzen ey was ist das denn hier für ein Sandklotz das hat Jonas gebaut hier was Jonas hier deine das hab ich gebaut was denn er hat das hinter deiner Kirche den Sandkack äh Kackscheißer ja das war Nils als er seine seine unkreative Faser hatte das sollte eine Maschine werden ne das weiß ich nicht mehr schon ein Jahr her ja und das stimmt auch noch das ist wirklich genau es müsste ziemlich genau ein Jahr gewesen sein oder wann war Ostern letztes Jahr also auf jeden Fall haben wir am Karfreitag gespielt das weiß ich noch ja das war über Ostern halt das war Ostern sehr sehr lange saßen wir hä was los haben sie es geändert das ist doch Cobblestone oder nicht Cobblestone Träger oh Gott was hast du mir jetzt abgezogen ich wollte es drehen und dann hab ich dir mein Schwert reingehauen hab ich hier irgendwas verpasst soll ich doch mal googeln jetzt gibst du mir ein bisschen was davon ab du hast nicht so viel ne ich hab noch gar nichts mehr guck mal hier an Kühen achso ja das ist das auch deswegen ähm ja reicht schon machen wir auch noch ein paar Schweine und dann ja du kriegst das Schweinefleisch schnell fütterst du die mal nach hab keine Angst du hast kein Weizen guck mal hinter dir ja das sieht aber schön aus was für was brauchen wir noch mal hier wo man Karotten die Schweine ja der Trichter ist da gar nicht mehr bei dann jetzt reicht auch was gibt essen denn werden wir jetzt ins Stream jo dann haut rein und auch tschüss Aufnahme ja nachher noch mal weitermachen